Das einzige, was zwischen dir und deinen Träumen steht, ist Handeln. Einer der wichtigsten Sachen ist, um euer Traum zu leben, ist die Vergangenheit hinter euch zu lassen. Vorne gibt's mehr zu sehen. Manchmal kann die kleinste Entscheidung unser komplettes Leben verändern. Die besten Träume passieren erst im Leben, wenn du wach bist. Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Gib der Welt das Beste, was du hast, und das Beste wird es dir zurückgeben. Das Leben besteht aus Erfahrungen, die Fehler gelandert sind. Mach dir keine Sorgen über die Leute, die hinter deinem Rücken reden. Sie haben einen Grund, warum sie hinter dir sind. Wenn dein Plan nicht funktioniert, dann verändere deinen Plan, aber verändere nicht deinen Traum. Viele Menschen geben auf, weil die Traum dir herausfordern. Wie willst du besser werden in dem, was du machst, wenn dein Traum dich nicht herausfordern würde? Nicht jeder wird deinen Traum verstehen. Das ist auch gut so. Du bist hier, um dein Leben zu leben und nicht um andere zufriedenzustellen. Erfolg ist, wenn ihr eure ganzen Niederschläge überlebt habt. Das Leben basiert nicht darauf, bis der Regen weg ist. Das Leben basiert darauf, dass sie lernt, im Regen zu tanzen. Arbeite hart hinter verschlossenen Türen und lass den Erfolg für sich sprechen. Das Leben basiert darauf, bis der Regen weg ist. Das Leben basiert darauf, bis der Regen weg ist.